Musik Hä? Junge, wieso? Boah, Junge. Meine Fresse, ey. Es regt euch alles auf, ey, Junge. Weißt du? 13.04 schon, ey. Kann ja nicht sein. Mann. Was ist denn? Zwei übrigen Nachschubkarren zerstören, bevor sie diese Festzone erreichen, okay. Oh Gott, okay, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Yes. Nein, wieso? 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 Ich will doch nur Aufschwung kriegen, ihr Wichser, ey. Ah, ist das scheißegal, ob das jetzt gesperrt wird wegen... Ich muss nur so scheiß zwei... Zwei, oh Gott. Aber ich muss mich wirklich um das zuerst kümmern. Ich muss mich um das zuerst kümmern. Gott sei Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mann, ich muss mich wirklich um das zuerst kümmern, dass ich fliege Ich muss mich wirklich erstmal auf das konzentrieren Anders geht's nicht Anders geht's nicht Komm, komm, komm Yes Sehr gut Nein Gott, wenn ich das jetzt nicht kriege Yes Gott, und jetzt verkack ich's wieder Aber jetzt wurde er erstmal gespeichert Das heißt, ich kann nochmal, kann wieder desynchronisieren Berichte Cesare davon Jetzt muss ich den scheiß Reiter aufhalten, ne? Wow Yes 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 50% aber das ist mir völlig egal, jung Keine Ahnung, wie lange ich dafür gebraucht hab Aber ich glaube, ich werde es zusammenschneiden Ich werde nur den Versuch hinbrechen, wo ich's geschafft hab Und die dann zusammenschneiden Meine Fresse Wie viel hab ich jetzt geschafft? Hoffentlich war's das jetzt auch langsam Kein Bock mehr Ja Ich werde das jetzt auch langsam Ich werde das jetzt auch langsam Ich werde das jetzt auch langsam Ezio, wie du weißt, wurden alle meine Erfindungen zerstört. Doch durch diese Wirren konnte ich etwas nur für dich herstellen. Was ist das? Mit dem Gerät kannst du aus jeder Höhe sicher landen. Nicht so unhandlich wie die Flugmaschine. Du kannst es überall hin mitnehmen. Grazie, Leonardo. So, damit hätten wir dann Fallschirme bekommen. Bestechieren wir mal kurz den Mann. So, der die Fresse hält. Jetzt gehen wir zur Assassinen-Zeremonie. Vielleicht nochmal zur Bank. Jetzt sind wir schon über 100.000 Florine. Ja, ein Schimpfkopf fehlt mir bei da noch. Dann fehlen mir Münzen vom Vlad, dem Fähler noch. Durch kau ich mir doch nicht. Das Bastardschwert. Das Bastardschwert. Das Bastardschwert. Das Bastardschwert. Ja. Kugel nochmal auffüllen. Ambusballs sind genauso. Ja. Kurz noch die Sachen auffüllen. Dann machen wir die Assassinszeremonie und dann höre ich auf. Ist noch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Einmal Akonit fehlt mir da auch noch. Das ist... Ah, ihr seht schon stark aus. Das kann er mir nicht machen. Was gucken wir nochmal? Gemälde. Okay, dann gucken wir uns noch. Selbstporträt. Einmal Papava Silvatikum. Stimmt. Ich habe einige... Adio. Erzählt euren Freunden von mir, ja? Ja, ich will nochmal kaufen. Nach der Seite, ja. Machen wir das so. Weil wenn ich meine Kleider färbe, dann aber auch nur so. So sieht es einfach am geilsten aus. Und dann zum richtig geilen... Müsst du dich auch mal ein bisschen von unseren Rekruten abheben. Oder von unseren Meister-Assassinen. So, wir werden jetzt nochmal hier was beiwohnen. Und dann höre ich auf. Leia-Sheia-Wakan-Motlak-Berkulun-Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt. What the fuck? Krasse Leute hier, echt. Okay. Jetzt holen wir noch ein paar schwierige raus. Alles ist es. Ach, das habe ich jetzt geschafft, ne? Jetzt brauche ich noch Pfeilhaken, müsste ich jetzt noch öfters machen. Ja, da brauche ich noch einen Meister-Assassin. Dann werde ich das machen. Dann kann ich das mit dem Pfeilhaken ganz oft machen, so viel ich will. Die Meister-Assassin schicke ich dann nicht mehr auf Reise, wenn ich hier behindert. So. Ich denke, wir werden beim nächsten Mal wieder ein bisschen Hauptmissionen machen. Weil dahin können wir ja anscheinend noch nicht. Aber bald bestimmt. Irgendwann nach der Sequenz können wir da hin und dann machen wir auch hier die Dinger erstmal. Mit dem hier zusammen. Ja. Dann, ähm, will ich dann mich auch verabschieden. Und zwar hat es, äh, war es wieder eine krasse, eine wirklich krasse, krasse, krasse Aufnahmesession, denn wir haben endlich mal, endlich jetzt diese Mission gemacht, Flugmaschine 2.0, die ich so abgrundtief hasse, weil ich sie überhaupt nicht kann. Ja. Also. Jedenfalls möchte ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ihr wisst, was zu tun ist. Ja. Ähm, wenn es euch gefallen hat, dann gebt ein Like. Schreibt in den Kommentar, um, um zu sagen, um auszusagen. Hat es euch gefallen? Das kann man verbessern. Etc, etc, etc. Ansonsten noch, ähm, wenn ihr immer up to date sein wollt und immer, wenn ihr sehen wollt, wenn ein neues Video von mir draußen ist, in der Abo-Box nachsehen wollt, oh geil, Assassin's Creed Brothers oder generell Assassin's Creed oder Batman Arkham, wenn es irgendwann mal kommt und GTA und wenn es auch irgendwann mal kommt und keine Ahnung was, ja. Dann schreibt's, äh, dann, äh, drückt auf den Abonnieren-Button und, äh, seid glücklich. Okay? Ja. Ja, dann, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Ciao.